Es gibt eine Verhaltensweise, die Partner in Paarbeziehungen gar nicht so selten an den Tag legen, für die wir das schöne Wort Gedankenlesen geprägt haben. Das meint die Überzeugung, ich weiß schon, was in meiner Partnerin vor sich geht. Da brauche ich gar nicht mehr zu fragen. Und dann auf dieser Basis unterstelle ich das möglicherweise auch noch dem anderen. Das ist sehr schwierig, wenn Sie das in einer Paarbeziehung machen. Besser wäre, dass Sie versuchen offen zu bleiben und sich immer auch klar sind, der andere ist ein anderer Mensch und ich kann nicht wirklich über dessen innere Welt Bescheid wissen. Besser ist, ich behalte eine interessierte Haltung, eine offene Haltung und frage nach, was geht denn in mir vor. Also dieses Interesse am anderen, sich auch immer wieder überraschen zu lassen, das ist hier an dieser Stelle sehr wichtig und hilfreich.